Yeah, come on! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play, ja. Ben und Dad, ja danke, Plattparty. Mit mir, den Michael Cooper und natürlich mit dem Mark Bundy. Hallöchen! Und natürlich wie immer die Profi-Tante hier bei Ben und Dad, die Bibi. Hallo! Ach ja, aus der Kategorie. Ja, da sind wir zurück. Wir haben jetzt eine neue Map, nämlich Horizon Clash. Und er stand drin. Wisst ihr, ich bin derjenige, der sich mal ordentlich angezogen hat, mit Schlips sogar. Und die rennen hier rum, alle pervert. Mit Masken aus dem Popo-Club. Es ist der Kader, der verschwindet gleich wieder. Der spielt wieder mit den Bekloppten, da hauscht man aber ab. Ja, also Horizon Clash. Und da steht, work together well, not that you have much of a choice. Also ich hoffe, dass wir diesmal zusammenarbeiten. Wie soll ich denn meine Atmung machen? Okay, Zeit ist aus. Alles klar, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ach, was. Irre. Immer schön, wenn man andere Sachen entdeckt. Das sieht ja fleischig aus. Tasty! Tasty! Tasty, hey! Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? So, wartet ihr kurz für mich? Mein Dings hat schon wieder einen Fehler. Wartet ihr kurz? Natürlich. Ähm, ja, hau ich mich. Hau ich jetzt eine Weile runter. Why? Es ist immer nervig, wenn einer ein Fenster hat. Was macht ihr denn jetzt schon wieder da? Was macht ihr denn jetzt schon wieder da? Der schlägt mich, Manno! Sonst auch dafür, dass ich ständig runterfalle. So, wieder voll. Der hat sich schon wieder klein gemacht, das Fenster. Au, was ist denn hier? Mensch, der Biesmann. Muss man mal wieder OBS hier? Und ich bin verbrannt. Aua! Das wird ja wieder hier eine... Du kratzt! Sag doch mal! Ich darf gleich mit meinem Kopf nach dir. Hört doch mal auf, jetzt ist Schluss hier. Ah, ich brenne, ich brenne! Ich renne durchs Ziel! Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Was sind wir nebenbei? Ich hab's geschafft! Wir müssen gemeinsam ins Ziel kommen. Aber wo müssen wir hin? Äh, ich vermute mal unten erstmal über diese Plattformen. Da, da! Ich hab' recht hochgeschrieben, aber dankeschön. Aber ich hab' mein Dings verloren. Seid ihr? Also hier kann ich laufen, komischerweise. Ja, ich hab' hier keinen Bock mehr auf euch. Hier drüben geht's weiter. Ach so! Sind wir jetzt richtig? Keine Ahnung, ist der einzige Weg, den man gehen kann. Sind wir schon da? Ja, Marco, das Baby ist der Mutti und wir sind die kleinen Kinder. So, sind wir schon da? Pippi! Sind wir schon da? Ja, ab Hunger! Muschkacki! Muschkacki! Ab Hunger! Kann ich euch einfach in die Lava schubsen? Kann du Maka den Popo wischen? Wisch dem Markus den Popo. Da macht's dingy. Pippi Kacka! Pippi Kacka! Nie Pippi Kacka, sondern Pippi Kacka. Okay. Komm, schnitt! Ah, scheiße! Ich warte! Ah, fuck! Juhu! Okay, wartet mal wieder auf mich. Ich bin wieder der Letzte. Ja, wir müssen eh auf dich warten, weil du kommst hier nur mit zwei Personen über die Plattform. Markus habe ich schon mal hochtransportiert und auf dich warte ich gerade. Das ist ja nett. Du bist wie eine Mutti, Pippi. Na, siehst du? Ich werde hier meiner Rolle voll recht. Ja. Komm, jetzt beweg deinen Hintern. Ach so, ich würde bloß was gucken, ja. Ja, ja. Ist ja gut, Mutti. Sag mal, steht er da und hält Maul auf dem Pfeil. Äh, nehm ich mit? Ja. Mein Gott. Ja. Ja, weil... Das ist irgendwie falsch rum, können wir das nicht. Äh, ein... Jetzt haut ab! Ich fremse einfach weg. Uli hat gesagt, ich bin heute das Prinzesschen. Bibi, merkst du was? Und nach links, ihr habt euch offensichtlich entschieden. Das ist ja auch schön. Merkst du was? Markus will was. Oh, ich bin im nächsten Checkpoint. Äh, okay. Das war ja einfach. Äh, wo muss ich denn hin? Äh, einfach hoch. Und dann hier so, glaube ich, sieht so aus. Einfach hoch und dann hier so, glaube ich. Ja. Das ist... Okay. Hast du sie jetzt aufgemacht? Hä? Hast du schon aufgemacht? Push me. Das will sie nicht. Ich bin auf jeden Fall... Uh, wir müssen hin. Push. Hey, glaub mich zu hauen! Hey! Entschuldigung, ich wollte... Was war das denn? Au. Ich bin vielleicht ein bisschen zersplashed. Wie landet man denn da ohne zu... Äh. Auf der Kiste bestimmt. Didi war jetzt weg, eh, Dings, Tom? Oder wir nehmen einfach das hier drüben. Hier ist auch ne... Ja, gut. Hui! Es rennt doch mal nicht so schnell. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin hinter euch. Ach, oh ja. Ich seh's gerade. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen durcheinander hier. Hör auf damit! Ach, Mensch, Mann! Deine Affe. Man soll die Kiste auf jeden Fall nicht in die Lava fallen lassen. Hier ist schon mein Checkpoint. In den Intro. Ja, haben wir das Devin nicht schon mal gespielt? Nee. Nicht? Hört. Jetzt hör doch mal! Aua! Aua! Ihr. Seid ihr schon weitergelaufen? Ja, wir sind... Wo bist denn du? Wir laufen die andere Seite lang. Wo ist Bibi hin? Ja, danke, dass ihr mich hier einfach stehen lasst. Bibi, da ging's an der Seite rein. Geh mal zurück. Und wo es so schräg ist, da ist an der Seite. Aber mir geht's nicht weiter. Mir geht's nicht weiter. Aber hier ist ein Checkpoint. Also hier ist auf jeden Fall auch irgendein Gang. Ach, da musst du den Knopf bestimmt drücken. Max, drück mal den Knopf. Dann geht das vielleicht auf. Welchen Knopf? Da hinten ist ein... Ach, geht's nicht weiter. Da hinten ist ein Knopf. Geht's hier nicht durch? Nee. Ach, das ist, dass ich gerade für mich woanders langlaufe als ihr. Bibi, hast du einen Knopf? Ich hab... Ich muss erst mal überhaupt rausfinden, was hier abgeht. Ich muss hier erst mal durch... Guck mal, tritt mal um, Markus. Tritt mal um, tritt mal um. Siehst du den Knopf dort hinten? Wo? Das rote? Hä? Rot? Dort hinten. Na, wer hätte das gedacht, ich komme hier mit der Kiste weiter. Da siehst du das. Okay, das ist jetzt, Bibi schränkt sich an hier. Kein Wunder, wenn die Schensch gewinnt. Na, das... Nee, das Hauptproblem ist, dass ihr jetzt einfach weitergelaufen seid und ich das nicht mitgekriegt hab und ich alleine zurückgeblieben bin. So was macht man nicht. Jetzt ist sie zurückgeblieben. Ist man das nicht von Anfang an? Okay. Äh, und jetzt? Da hinten, also ist da ein Knopf? Nee, ne? Nee, ist irgendwie überhaupt nichts. Das ist ein bisschen labyrinth-mäßig. Hast du auch runtergeflogen? Nee, ich hab mich mal absichtlich respawned, weil ich nicht wusste, wie ich meinen Kopf wieder auf meinen Körper krieg. Was soll man denn da hin und da rüber? Können wir das ein Tor? Aber da müssen doch irgendwelche Knöppel sein, zum Aufmachen. Na, hier hinten geht's ja auch lang. Ist hier mal jemand lang? Also, ich war hier grad, aber ich bin da nicht weitergekommen. Da war irgendwie... Achtung, Falltür. Ah, sieh, ah, sieh. Da hoch kommen wir schon mal nicht. So, und hier geht's nämlich eigentlich, hier kommt's... Also, ich hab meinen Kopf vorhin hochgeworfen, aber ich weiß nicht, ob man hier manchmal irgendwie... Also, ob man hier mit der Kiste ganz hoch soll, aber da ist eigentlich auch nichts da oben. Doch, da ist eine Tür. Oder? Guck mal, immer wo es so gezackt ist, oder ist das bloß eine Verzierung? Also, ich hab meinen Kopf da mal lang rollern lassen und hab nichts gefunden. Das ist auch wo verzwickt, hier. Kannst ja mal deinen Kopf hochschmeißen und dich mal umgucken. Ne, das ist... Nicht den Kopf verlieren, du hast den Cover verloren. Aber da ist wirklich... Nein, nicht schon wieder. Jetzt bin ich underdressed. So, was ist denn jetzt auf der anderen Seite? Warte mal, warte mal, warte mal, was ist denn hier? Doch, doch, warte mal. Hier oben ist ja eine Ritze. Oder? Halte die Ritze. Ist da oben eine Ritze? Doch, da kann man durch wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ich bin da nicht weitergekommen. Ich geh mal da hinten gucken, wo ihr vorhin lang seid, wo ich noch nicht war. Gut, dann würde ich sagen... Au, 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 aua. Das, äh, ja, das hab ich jetzt live mitgeerwähnt. Gibi zum Matsch, aber nicht auch gleich. Ne, ich leb noch. So, ach so, hier seid ihr... Ach, hier seid ihr lange, bei dem anderen Checkpoint. Okay, verstehe. Au, aua. Ja! Entschuldigung. Was macht denn ihr? Äh, wollen wir da mal probieren, die Kiste da drüber zu schieben und dann in die Ritze. Okay, pass auf, Baby, du gehst mal gucken derweil. Und ich versuche mal, die Kiste hier rumzuschieben. Da kommt Nier schon wieder rumgehampelt. Manu, du standst im Weg. Geht nie. Es ist ein vermute auch fast, dass wir die Kiste mitnehmen müssen. Aber die sieht so aus, als geht die nicht über das Checkpoint. Kannst du sagen, die kriegen wir doch gar nicht hier hoch. Der Papa untersucht das mal. Ne. Aber wenn man... Geht das nicht? Ne. Vielleicht mit Pover? Ich renne mal mit Pover dagegen. Ne. Scheiße. Dann ist sie doch bloß für die Ecke. Wo ist denn die Kiste? Dann ist sie wahrscheinlich doch bloß für die Ecke hoch, Baby. So, ne. Hoch kriegen wir sie nicht. Aber hier hinter kriegen wir sie, um da hoch zu klettern, oder? So, ne. Wir kriegen sie nicht da hoch. Was ist denn da oben eigentlich? Flieg, Kopf, flieg. So, war es cool. Na toll. Da ist dann schon mal eine Falltür. Was ist da noch so? Äh. Das sind nur Falltüren. Hä? Na, die Falltüren finden wir. Wir gucken gerade, was hier oben ist, wo dieser Totenschädel war. Aber abgesehen von... Oh, da ist ein Knopf, da ist ein Knopf. Ich hab in der Falltür, in einer Falltür ist ein Knopf. In welcher? Aber... Oh, was öffnet sich damit? Wer hat hier jetzt irgendeine Tür? Wie seid ihr da hintergekommen? Na, einfach nur hoch, da wo der... Ah, cool. Weißt du, was das sind? Das sind wie hier Rorte, welche Falltür, weil bei den anderen sind Bomben drin. Da, wo der... Ja, das hab ich auch schon festgestellt. Da, wo der Totenkopf ist? Ja, da, wo der Totenkopf ist. Und da war unten Falltür. Na, schädelig. Also, na, auf die erste kommst du ja noch so. Auf die Kiste und dann den Schädel hochgeschmissen. Kappel geworfen, genau. Und dann den Schädel hochgeschmissen. Aber den Schalter haben wir ja jetzt aktiviert. Jetzt muss ja was passiert sein. Jetzt muss irgendwo was offen sein. Rechts, rechts unter der Falltür war ne... War ein Schalter. Also, sitzt hier hinten eine Tür offen? Oder oben die? Oben die wird vielleicht offen sein. Ich weiß nicht mal, wo ihr oben eine Tür gesehen habt. Komm mit. Komm mit. Kribi. Ja, die oben. Genau, die hinten wird es offen sein, ja. Hier rechts dann lang. Ja, ja, ja. Mensch, lauf doch mal. Hör auf. Der schubst schon wieder. Dit is'n alter Schubser, wa? Ja. Ja, die's auf, die's auf. Die's auf, die's auf. Die's auf, die's auf. Die's auf, die's auf. Das ist einfach ne Planke Schubser. So, jetzt hab ich hier irgendwas geöffnet. Willst du was weitergeben? Ich bin da. Ihr habt alle auf mich gewartet. Hier ist ein zorniger, oder einfach ein hässlicher Smiley ist hier. Ah, das hier. Dieser rote, was macht der rote Smiley? Was sagt mir der? Stell dich mal drauf. Da musst du dich draufstellen. Das ist ein Knoppen, einmaliger quasi. Den kannst du nicht wieder zu und aufmachen. Also, wenn da ne Tür aufmacht bleibt, die auf. So, steht drauf und. Na, dann hat sich irgendwas geöffnet auch. Ah, toll. Sehr gut, da haben wir das rausgekommen. Vielleicht jetzt dort hinten wo, unten jetzt wie hier und so, ne? Was ist denn das hier? Das ist ein, glaube ich, Beschleuniger für... Ach, du Scheiße. Wissen wir, wo wir grad drauf stehen? Und? Guck mal, wie die Ränder aussehen. Und? Ach, hier, so ein Steuerplattform. Ja, da muss irgendwo eine... Kontrolleinheit sein. Richtig, Bibi, richtig. Jetzt, hör doch mal, du schlägst grad einen Behinderten, Markus. Das seh ich. Aber warum bist du behindert? Weil, äh, ja. Au. Rutsch da mal. Immer, Markus, deine Ausrede, rutsch da mal. Hey? So, Idee. Oh Gott, das funktioniert nicht mal. So, wir sind schon mal weitergekommen. Das ist schon mal ganz gut. Oh, warte mal, das ist ne... Warum wirft er denn jetzt... Oh Gott, da kommt der Kopf nicht hoch genug. Warte, du musst bestimmt hier... Und... Zack. Okay. Sehr gut. Hat geklappt. Bringt das das mal oben was? Ich wollte mal gucken, was da oben ist. Er ist grad hochgekommen. Äh, da ist ein Checkpoint. Der bringt uns jetzt so semi weiter. Aber, semi, warte, weil eigentlich musst du ja das Ding steuern. Na gut, aber wenn da oben, wenn man noch so an den Checkpoint rankommt... Wo man die erstmal... Ne, aber nicht, dass man dort... Weil das sieht mir... Alter... Das sieht mir aus, als müssten wir woanders noch Knöpfe drücken. Wir gucken mal lieber noch auf die andere Seite, ob da sich was geöffnet hat. Wo wir... Ich komm mal angeraubt. Wartet auf mich. Robby. Robby, du Rob. Hey, ich geh mal hinten gucken, ob da sich was geöffnet hat. Oh, nix. Hm. Ah, mich erwischt natürlich immer. Vielleicht müssen aber... Weil, vielleicht muss jeweils einer auf einem Schalter stehen. Vielleicht muss hinten jetzt auch einer draufstehen. Und dann bewegt sich vielleicht die, auf der ich stehe, die Plattform irgendwo hin. Und dann komm ich zu dem Schalter, möglicherweise. Eigentlich muss... Eigentlich geht's bloß nach Farben, normalerweise. Nein. Ich kann einfach, damit ich zufrieden bin und ihr mir bewiesen habt, dass ich Unrecht habe, trotzdem mal jemand auf den anderen Schalter gehen. Achso, Markus, dann geh mal bitte... War ich schon. Hab ich schon gemacht. Nee, zusammen. Nein, zwei gleichzeig. Das hab ich auch schon gemacht mit dir vor uns. Habt ihr schon? Ja, wo du vor uns drauf standest, bin ich drauf gegangen. Und da ist nix passiert. Ähm, hier hat sich... Nee. Speech-Turf. Ah, nee, das war schon offen hier unten, ne? The Law war... Okay, da ist auch nix. War am Anfang irgendein Weg. Wo man hingehen konnte, ne? Hier seid. Toll Typen. So, ich roll jetzt mal hier hinter und guck mal, was hier so abgeht. Nee, hier ist es lieber unnicht. Sonst müssen wir halt cheaten. Was heißt cheaten? Aber... Kopfwerftrick. Da hinten ist auf jeden Fall die Plattform, zu der man soll. Ja, ja, das ist... Also eigentlich soll's durch hier einfach nur unten über die Plattform lang. Wenn man es schafft, seinen Kopf da hochzuwerfen, dann kürzt man einfach nur ab und verleichtert das Ganze. Gedacht ist es zwar über die Plattform, aber... So sieht's mal aus. Nein! Aber wo soll denn dann das Ding sein? Das kann ich dir nicht sagen. Plattformsteuerung. Ich stelle zu viele Fragen. Ich stelle mich mal nicht mehr. Ja, wenn wir Pech haben, müssen wir nochmal zurück, aber ansonsten... Die kommen da gar nicht rüber. Bisschen du? Na, ich bin schon drüben. Bin dem Muggel weg... Können wir den jetzt alle? Ja, los. Nein! Oh fuck, da muss hätte... Na, wenn man zu zeitig runterrollt, dann wird das nix. Dann wird das nix. Dann sehe ich schwarz. Mist, hab meinen Kopf verloren. Nein! Oh, ich bin nicht mit dem Kopf gesprungen. Wie kann man denn hier sein Kopf wieder dran machen? Äh, die Aktionstaste bei uns ist eh. Ranrollen an den Körper und dann... Wissen wir, was du eingestellt hast? Yay! Spielen muss er ganz! Achso, hier braucht man jetzt... Hier muss den ganzen Körper. Genau. Aber aktiviert ist es ja schon. Ja, aktiviert ist es schon. Äh, müssen wir jetzt mit dem Kopf hier langrollen, oder was... Ja, wir müssen mit dem Kopf da hoch. Na, geil. Achso, ich bin ja schon oben. Ah. Mensch, hör doch mal auf, hier rumzuschubsen! Ich roll hier nur. Nimm deine Ohren aus meinem Gesicht! Was? Ach, du Scheiße! Ja, das ist ein bisschen dreckig. Ein bisschen? Mensch! Oh Gott, ich bin oben. Ja, ich bin oben. Fein! Häng geblieben! Ja, ich auch! Nein! Äh. Achso, man kann da auch wieder runterfallen. Das ist ja ein Pontius. Aua! Du hast mich getreten! Auf hoffen, beim Kopf Fußball zu spielen. Ich war das nicht. Ich bin die Köpfe so vor der Kamera rein und her. Leute, behaltet mal einen klaren Kopf hier, hm? Ach, du grünen, neuner. Nicht den Kopf verlieren. Mach mal küs. Gib's mir mit zum. Ach, dein weicher Hund der Kopf wäre, natürlich. Der so schön hat gepräkelt in deine Bauchnappel. Was für ein Bauchnappel? Das vergammelte Ding auf deinem Bauch. Ali, wie sollst du es schaffen? Ich hab das schon fast geschafft. Aber auch nur fast. Ich bin an dieser scheiß Plattform dahin geblieben. Oh, genau dazwischen gesprungen. So, geschafft. Seht ihr? So, macht man's. Nein! Oh, dass man hier auch immer in diesen Zwischenraum reinfallen kann. Warum guckt denn das ständig? Oh, der, 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 der. Ja, ja. Ist gut. Ja, ja, roll halt schon weiter. Kann ich nicht. Nein! Oh, ich bin... Ich lass mich ein bisschen feiern. Ja, ja, mach das. Jetzt haben wir ja gewöhnt. Aua, du sagst nicht. Hat er dich runtergeschubst? Der hat Fußball mit meinem Kopf gespielt. Da lag hier auf der... Oh, ich kann dir meinen... Ja, 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 ja. Da beschlägst du mich. Tu's nochmal. Nochmal nicht, vergiss es. Komm, 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 komm. Ich hab dir meinen Hintern geöffnet. Was? Nein! Oh Mann, ich war so gut. So, wir könnten noch warten, tut der Weile. Ja, ja, ich... Es ist eine Zwei-Personen-Plattform. Markus geht schon mal weiter und ich warte wieder. Ja, okay. Scheiße. Mutti, Bibi. Wo ich denn hier hin? Verdammte Angst. Du musst hoch. Wie hoch? Rechts von dir auf die... auf die Dinger drauf und dann hoch, glaub ich. Nein! Rechts von dir geht's oben. Es sieht aus wie Plattform. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist doch nichts. Über dir. Achso, nee, so kommst du gar nicht. Vielleicht musst du den Kopf da hochwerfen. Genau. Warte, genau rechts von dir. Siehst du das nicht? Diese Holzenstelle dort? Sind das keine Plattformen? Ja, da komm ich doch nicht hin. Mit dem Kopf? Ich weiß es nicht. Kopf werfen? Von da oben aus, wo du standest. Ich sehe jetzt von hier aus nicht sehr viel mehr. Aber warum ist das denn überhaupt eine Zwei-Personen-Plattform? Kann man nicht von da, wo man... Okay, wahrscheinlich ist es nicht weit hier Nuklein. Hä? Geht's nicht mit Kopf? Äh. Was ist los, hier? Ja, Dimo, klar drum gemacht. Checkpoints. Ah, ich komme, oder? Ja. Sehr gut. Nee, geht nicht mit Kopf. Achtung, eins, zwei und springen. Oh, da kommt ein Hammer. Deswegen hab ich das dann schnell gesagt, sorry. Wer möchte mich abholen? Wo bist du denn jetzt? Ich muss noch nicht. Achso, na toll. Das funktioniert nicht. Ich komme dann mal wieder hier nach. Das war die falsche Richtung. So, die Frage ist trotzdem, wie geht's da weiter? Ich konnte es mir leider noch nicht mal angucken. Eins, zwei, drei. Morgos gar nicht. Bei drei Morgos. Ah, hör mal auf. Entschuldigung. Ich werde da weggehen. Morgos, du Böser. Ich werde da mal blüht, denn. Du hast mich da genau niedergeschlagen. Genau am Klatschpoint. So, müssen wir da eigentlich hin? Geht's hier weiter, da hinten? Leider noch nicht rausgefunden. Au. Au. Da hinten sind auf jeden Fall blaue Pfeile. Warum ist denn das hier so? Verstehe ich nicht. Ich glaube, dein Ansatz mit dem Kopf ist gar nicht so verkehrt. Aber hier oben geht's ja jetzt nicht. Die beiden Käppe machen sich einen Kopf da oben. Kommt man hier durch das Gitter? Nee. Ist das wieder so eine Verarsche hier? Unten geht's auch nicht weiter. Und da hinten ist ja auch nichts zum Landen. Ähm. Ähm. Ja. Jo. Okay, Zunkos. Nein. Mist. No. Das war... Los, mal sehen wir den Gaumen deiner Zunge. Aber bist du nicht der mit der Hängezunge? Na und? Kommen wir denn doch rüber? Ist das überhaupt hier sinnvoll? Geht's da drüben? Warte mal, mal kurz respawnen. Ja, was ist denn da hinten? No. Ja. Nein. Hat sich gerüchtet. Ich hab... Scheiße. Ach, zu früh gestartet. Ja, ich wohne zu spät. Matsche. Ich seh' nix. Gut. Okay. Na, die sind hier. Ah, ist er denn auf den Knopf gekommen oder sowas? Hier ist ein Tor aufgegangen. Ich bin auf den... War da hinten ein Knopf oder was? Ja. Na, dann komm, hier ist auf. Was ist passiert? Das ist ein Knopf-Game. Hier ist ein Tor auf, wo wir den Kopf abgemacht haben. Zurück wie das... Das ist ja super. Ja. Das ist ja schön. Das ist schön, ne? Oh, schön. Da können wir ja lang laufen. Wann ist das passiert? Wer? Wie? Ich war's. Ich war's. War ganz allein, meine Idee. Dort oben oder was? Oder wo? Hier stand sie, ja. Hinter dem... Hinter dem Checkpoint. Okay. Ich komm schon. Lass mich durch. Lass mich durch. Papa, ist schon da. Oh, ich hab' den Ballon. Auch schon. Jetzt hör'n wir! So, Morris jetzt. Erstmal wieder. Ich war das nicht. Ich freu'n. Hier, mach' die Lieblingsdinger. Hier so Kugeln. Alles klar. Ey, du hast ja nur noch einen Fuß. Au. Ja. Okay, schön hinter dem Ding bleiben hier. Juhu! Oh mein Gott. Okay, das war unerwartet. Bist du durchgekommen? Ja, ich wiss' nur noch nicht. Wird so lachen, wenn man eigentlich auch da hinten hinter die Kugeln muss. Aber das werden wir dann gleich feststellen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da hinten... Oh, bist du jetzt tot? Fenn' ich nicht. Hier oben sind Kettensägen. Achso. Nur, dass ich ohne Hände keine Kettensäge bedienen kann und jetzt auch weiß wofür, weil mehr ist hier nicht. Ist das scheiße, scheiße? Was ist denn? Oh, der Fedder. Mach die Kisten kaputt. Ja, genau die. Ich bin nur als Kopf angekommen. Ich hab grad keine Hand frei, wenn du weißt. Alter. Nein, dann kann ich auch die Hühner nicht nehmen. Fuck. Ja, dann musst du leider noch mal. Dann muss ich das leider noch mal machen. So schnell, bevor Markus kommt. Nein. Oh, fuck. Das war die Rache von vor uns, du Sack. Alles gut. Dir sei es gegönnt. Ich hab nur nicht rausgekriegt, wie man das aufnimmt. Ja, das ist immer Aktionstaste. Ich weiß nicht, was bei dir da Aktionstaste ist. Ja, das weiß ich immer nicht. Aber unsichtlich auch nicht. Also eh, beim Computer sind wir eh. Oh, 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 oh. Ich hätte springen müssen. Sag doch, dass ich springen muss. Du musst springen. Ach, du musst springen. Ja, danke. Muss ich nochmal anfangen. Ich warte auf euch. Jetzt ruhigen wir uns alle mal wieder. Was heißt denn auf euch? Ist Markus auch noch nicht angekommen? Nee. Nein. Falsche Taste gedrückt. Was sind hier die blöde Aktionstaste? Ah, du bist doch auch schon mit Hühnern geflogen da. Da hast du es doch auch rausgefunden, welche das ist. Naja, das war aber schon. Wieso habe ich so mit dir im Urlaub geflogen? Oder was? Oh nein. Ja, das war wieder. Ich würde sagen, mit diesem Reise machen wir erstmal die Folge. Schluss, ne? Hat da eine Flachsrakete zum Abschluss gezogen. Ja, aber hier, das ist aber, ne? So, würde ich sagen, die Folge. Wunderbar auf Bibi. Der eckler Wetter auf der Schranke, sage ich euch. Da war sowas freund, würde ich sagen, ne? Da würde ich sagen, nochmal ein Kurs auch. Ciao. In Karlauer gerissen vom Feinsten. Tschüss, tschüss jetzt. Die Linke. Ciao, ciao. Ciao. Wenn ihr euch jetzt nicht gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Markus, was sollen sie machen? Genau, wenn ihr auf schlechte Witze steht, drückt das Glöckchen. Und ansonsten, Bibi. Cut it out. 裡. SinneОn. Jens ital waar castige Jezart. Mann. 오늘 von hierher mit den trabalhar. ologiae. Mann. 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 Mann.